Hallo, mein Name ist Roland Sachs. Ich bin bei WIKA als Produktmanager für industrielle Temperaturfühler zuständig. In diesem Video möchte ich Ihnen unseren Kabeltemperaturfühler TF2000 und dessen Möglichkeiten zur Befestigung an einer Rohrleitung vorstellen. Es gibt den TF2000 in drei Versionen. Das ist zum einen die Basisvariante mit einer kunststoffumspritzten Spitze. Die zweite Version wäre eine zusätzliche Edelstahlhülse als Verstärkung. Und die dritte Variante ist eine zusätzliche Messinghülse, Vierkanthülse zum schnellen Montieren auf eine Rohrleitung. Gedacht ist der TF2000 zum Messen von Temperaturen in der Kältetechnik, in der Heizungstechnik, an Wärmepumpen und in der Lüftungstechnik. Lassen Sie uns nun gemeinsam schauen, wie wir den TF2000 auf die Rohrleitung montieren können. Da wären zunächst die Einsteckfühler Varianten. In diesem Falle benötigen Sie ein Kupferröhrchen, das Sie auf die Rohrleitung auflöten und einen TF2000 in der Einsteckvariante. Sie nehmen den TF2000 und stecken ihn einfach in das Kupferröhrchen ein. Eventuell füllen Sie vorher noch etwas Wärmeleitpaste in das Kupferröhrchen, um eine bessere Wärmeleitung zu erreichen. Sie benötigen zusätzlich einen Kabelbinder, mit dem Sie den TF2000 auf der Rohrleitung befestigen. Damit ist die Messstelle hergestellt. Das Ganze geht natürlich genauso mit der zusätzlichen Edelstahlhülse. Noch einfacher geht die Montage mit der Variante als Anlegefühler mit Messingvierkanthülse und eine Schnellmontageklammer als Montagehilfe. Sie nehmen beides, drücken es auf die Rohrleitung auf und fertig ist die Messstelle. So einfach ist das Herstellen einer Messstelle auf einer Rohrleitung mit dem TF2000.